Herzlich Willkommen und zurück zu... Herzlich Willkommen und zurück zu... Herzlich Willkommen und zurück zu... Ja, das sag ich eigentlich fast immer. Fast überall. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spark. Ab geht's ins Rätselhaus. Ja, ich möchte gerne durchgehen. Ich hab aber keinen zu Schneider. Oder wieder doch. Nein, hab ich nicht. Sie will trotzdem kämpfen. Ich hab wieder den Weg. Mit dem Verschneider den Weg gelernt haben. Gebraucht. Oder so. Weißt du was? Bus Myropler? Jetzt kommt hier mein Abra. Ah, der Kadabra. Ich hab kein Abra. Scheiße. Ich hab Konfusion. Haha, One-Hit. Ich hab Konfusion. Haha, One-Hit. Ich bin nicht gut. Ich kann ihn nicht kaputt machen. Nee, kann ja gar nicht. Haha, Lappen. Was soll's? Solange wir noch keinen zu Schneider haben. Angriffs Plus. Und... Komm. Der hat bestimmt ein Fiffchen bei. Oh, Stolunior. Boah. Lappen. Da müsste ich eigentlich auch mit Konfusion gut durchkommen. Oder das war das, was gar keinen Schaden macht. Genau. 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 Genauigkeit. Schön. Glückspilz. Tot. Kadabra erreicht Level 18. Kadabra versucht Aussätze zu lernen. Aber Kadabra kann nicht... ...zvier attacken lernen. Ja... ...natürlich. Teleport. Eins, zwei und... ...scherwupp. Klabra hat Teleport vergessen und... ...Klabra erlernt Aussätze an. Tja. ...scherwupp. ...scherwupp. Fritzelblitz. Confusion. ...scherwupp. Scherwupp. Er hat ein... ...scherwupp. Das ist đọc Es wird einen kleinen Kampf, vielleicht habe ich auch keiner mehr gewonnen. Das ist immer noch geil. Eine Herausforderung von Pogonträder Michael... Wingull wird von Pogonträder Michael in den Kampf geschickt. Dortmund ist auch ein Wingull. Toll. Geil, ne? Oh mein Gott, habe ich kaputt. Nein, brühe ich. Jetzt verletzt er sich selber. Lappen! Ganz ehrlich. Tschüss, Kadabro. Mach nur hier! Angriff! Nein, jetzt ehrlich. Mein kaputt. Toll. Toll. Ja, Level 20. Jungblut. Joach, da äh... Haben wir doch ein Pokémon, ne? Lappen. Lappen. Das ist ja toll. Das ist ja eine tolle Attacke. Das ist ja. So, Herr Jungblut, pumpst dich auf. Du bist jetzt eh tot. Brrsch! Tod! 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 Du bist tot! Du bist tot! BB20! Ja, ich achte schon... du bist besser, als ich gedacht habe. Ja, Standardspruch, ne? Standardspruch, ne? Du USP, du hast auch fleißig trainiert, Eva? Ich denke du verdienst eine Bündelung hier. Das ist für mich für dich... Ja, Detektor... Da brauch ich aber nicht. Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Irgendwo ist er versteckt. Es gibt dir ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal du SLP. Das hört sich aus meinem Mund zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Hm, hier ein Fahrrad. Und schnette dich. Deine Mudderlappen. Ein Minun. Du, 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 du. Nein, ich wolle das noch gar nicht. Ein Schlupplup. Ein Schluppuck. Ja, bedrohe. Das nervt langsam. Komm, jetzt behal dich. Ich habe einen Schluppuck. So, jetzt will ich auch überhaupt ein Fahrrad haben. Hör mal. Tut mir leid, ob der Ratsch ist in den Kämpfungsgang, kann ich aber warte. Gucken wir mal, was hier links ist. Warte mal, ein bisschen, wo geht's denn links? Hm, das war toll. Ich geh von hier hin. Spielst du die würdige Berührung unseres wohltuenden Wohlkruches? Nein. Geh weg mit dem Rosalia. Hm, knallts. ... … … ноп ovvivern Und kaput. Da, wo ist er? Tod. Auch fast Level 20 in der Kadabra. Hallo. Yo, wir kämpfen im Team. Ich bin hier. Lappen-Pokémon, ganz ehrlich. Ja, 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 komm hier. Magnail, bla bla bla. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Aber ich hab alles ein Team. Ich brauch keine Rechte an so oder so. Tut mir aber leid. Hauptsache Kadabra ist noch nicht paralysiert. Ja. Das ist ein Thema, äh, noch nicht. Egal, Level 20. Jetzt haben wir alle Pokémon über Level 20. Das ist doch nicht schön. Jo, Schwester jetzt. Wir haben verloren. Ja, kleine Kinder, gib mir Geld. Da kommt der Pedo. Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig. Ich... nur keine Scheu. Ich zeig's dir. Was ist er denn? Ist er ein Snobili-Cut? Oder ein Pikachu? Oh, ein Eneko! Oh. Rüstige Viech. Mein Gott. Pssst. Das war ja ein tolles Pokémon. Was will ich auch deine Nummer geben? Nein. Warum hab ich das gesagt? Pfff. So. Trank. Das würde uns reichen. Finde ich auch irgendwie... Äh. Ne. Was? Hat er denn? Ach! Meine andere Schnur hat sich verändert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So. Du darfst es auswarten. Was hast du denn? Lampacapador? Nein. Rast halt mal nicht aus. Jetzt kann's wieder ein richtiger Kampf werden. Oder auch nicht. Boah, wieder Capo, du ey. Tod. So. Kalabra blablabla. Erhält's, ne? Kennst du? Ganz gahe. Wann mal. So, wer ist er denn? Wenn du von hier erstmal wegwerst, nimmst du die Abkürzung nach Rosalstadt. Haha, das ist kein praktischer Typ. Der ist wunderbar. Der ist super toll. So, dann würde ich dir aber jetzt sagen, gehen wir jetzt weiter nach rechts. Da, wo wir gerade Maikow-Fresselgoner abgewitzen sind. Ah, ein Fritzelblitz. Äh, ne. Oh, ein Mirabla. Ne. Boah. Schlup-Pok-ne. Ach, ich hätte die beiden... Zeig's mir denn, der Pokémon. Ganz kurz, ja? Okay, voll kann ein. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Ja, genau. Sammler und Gitarrist. Okay, Lombrero. Und Fritzblitz. Okay. Ich meine, so ein Lombrero müsste ich ja eigentlich One-Hit machen mit Kader, aber habe ich ja gerade bei Maikow-15er so ein Lombrero auch gemacht. Ja, ich habe Sommbrero gesagt, nicht Lombrero. Und bis auf Fritzl. Und bis auf Fritzl. Oh, fast. Oh, da rastet mir viel zu viel aus. Scheiße. Ja. ... Nicht mehr in Magnarien. Du Lappen. Hier kommt jetzt Planas. Achso. Jaaa. Stachelspore. Jaaa, wissen wir. Ah, das ist also Statical. Jaaa, die ist auf jeden Fall besser als Teleport. Aber... Halt... Ich dachte, das wäre so ne... Ne, so ne Bum-Bum-Attacke. Klar war so Psych-Strahl. Ja klar, Herr Siggi. Wie man davon aussieht, ja... Ich hätte nicht gewusst, dass wir einen Blitz nicht mehr wegmachen können. Dann... ne... Bist da. Voltual. Gut. Gut. Die sind schon vergiftet. Also, boah, die sind hier, ne? ... Glauben... ... ... ... ... ... Ok, Psycho, Psycho hat keinen, ja dann muss ich auch das machen, Knaverteckel machen, komm, 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 so, und toot, das ist nicht so effektiv. Knaverteckel, 211, ja, ich möchte meine Sammlung vervollständigen. Du hast den Rhythmus im Boot, gib mir doch auch wieder eure Nummer. Nein. Ich muss jetzt wieder lachen. Dann, 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 der Part ist jetzt Ende, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.